«A Women's World» war der Name der Kolumne, die in der Zeitung New York Amsterdam News erschien, in der Ausgabe vom 20. März 1965 auf Seite 8, geschrieben von Dorothy Height. Geboren wurde Dorothy Height im März 1912, in einer Zeit, die man sich heute nur noch schwer vorstellen könne, sagte der damalige US-Präsident Barack Obama in seiner Rede an ihrer Trauerfeier im Jahr 2010. Die Sklaven seien zwar befreit gewesen, trotzdem sei ihrem Nachkommen die Gleichstellung und die Möglichkeit, ihre Träume zu verwirklichen, verwirrt gewesen. Dorothy Height gehörte bereits während ihres Studiums in New York, das sie 1933 abschloss, zu den ersten Bürgerrechtlerinnen, die sich gegen die Rassentrennung einsetzten. Von 1957 bis 1997, also 40 Jahre lang, war sie Präsidentin des National Council of Negro Women, eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Rechte von schwarzen Frauen einsetzt. In der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre rund um Martin Luther King spielte Dorothy Height eine zentrale Rolle, wenn auch im Hintergrund. 1963 organisierte sie auch die grosse Protestkundgebung March on Washington mit, durfte aber selbst nicht sprechen. Eine der sechs Organisationen, die den Marsch auf Washington damals mitorganisiert hatten, war die National Association for the Advancement of Colored People. Ihr heutiger Präsident, Derek Johnson, erklärte in einem Doc-Film, damals seien die Männer im Rampenlicht gestanden, während die Frauen im Hintergrund die tatsächliche Arbeit geleistet hätten. Eigentlich müsste man von den Big Seven sprechen, wenn man die Organisationen nenne, die am Protest beteiligt gewesen seien. Dorothy Height sass während der I-have-a-Dream-Rede von Martin Luther King in Washington auf der Tribüne. Dies hatte für jene Zeit immerhin symbolische Wirkung. Ohne die Frauen hätte es die Bürgerrechtsbewegung so nicht gegeben, sagte sie selbst. Bis fast zu ihrem Tod war Dorothy Height politisch aktiv und setzte sich ein, bis ganz nach oben. Für das, was sie politisch, gesellschaftlich und sozial bewirkte, erhielt sie die höchsten Auszeichnungen, etwa 1994 die Presidential Medal of Freedom vom damaligen US-Präsidenten Bill Clinton und 2003 die Congressional Gold Medal vom damaligen Präsidenten George W. Bush. Für Barack Obama war sie bereits in seiner Wahlkampagne und auch später im Weissen Haus eine wichtige Beraterin. Er habe sie lieben gelernt, sagte er während ihrer Trauerfeier, nicht ohne eine Anspielung auf ihre vielfältigen Hüte. 21 Mal sei sie im Weissen Haus gewesen. Dass sie 2009 zu den Ehrengästen bei der Amtseinführung von US-Präsident Barack Obama gehörte und diesen Moment miterleben durfte, erfüllte sie selbst mit grosser Freude. Dorothy Height starb 98-jährig im April 2010. Obama ließ an diesem Tag sämtliche Flaggen auf Halbmast setzen.